Hallo, schön dich zu sehen! Pia guckt gerade ganz verträumt in den Himmel. Dabei fallen ihr viele Fragen ein. Zum Beispiel, wie sieht es auf dem Mond aus? Pia weiß, dass es in Bibliotheken oder im Internet viele Texte gibt, die Informationen darüber geben. Aber wie liest man diese Texte? Genau das wollen wir heute gemeinsam mit Pia herausfinden. Pia hat sich folgende Fragen überlegt, die sie gerne wissen möchte. a. Wer entdeckte die Berge auf dem Mond? b. Wann wurde das erste Fernrohr erfunden? In der Bücherei hat Pia folgenden Text gefunden. 1. Seit es Menschen auf der Erde gibt, beobachten sie den Himmel. Aber viele Dinge blieben ihren Augen verborgen, zum Beispiel, was die Flecken auf dem Mond sind. 2. 1608 baute Brillenmacher Hans Lippehei das erste Fernrohr. Sein Lehrling hatte zufällig eine Linsenkombination entdeckt, durch die entfernte Gegenstände größer zu sehen waren. 3. Der italienische Forscher Galilei hörte von der Erfindung des Fernrohrs und baute es nach. 4. Er richtete es an den Himmel und entdeckte, dass die dunklen Flecken auf dem Mond Berge und Krater sind. Puh, das ist ein ganz schön langer Text. Aber wie soll ich denn da alle Antworten finden? Wichtig ist, dass du immer Schritt für Schritt vorgehst. Oft musst du den Text drei- oder sogar viermal lesen. Das ist nicht schlimm. Wir schauen uns also die erste Frage nochmal an. Sie lautet Jetzt müssen wir den Text von Anfang an lesen. Ich gehe mit dem Finger den Text entlang. 1608 baute Brillenmacher Hans Lippehei das erste Fernrohr. Sein Lehrling hatte zufällig eine Linsenkombination entdeckt, durch die entfernte Gegenstände größer zu sehen waren. Hier steht nichts darüber. Also müssen wir weiterlesen. Der italienische Forscher Galilei hörte von der Erfindung des Fernrohrs und baute es nach. Er richtete es in den Himmel und entdeckte, dass die dunklen Flecken auf dem Mond Berge und Krater sind. Ich glaube, jetzt haben wir die Antwort gefunden. Wir können die Frage A also zum Abschnitt 3 zuordnen und die Frage beantworten. Die Berge auf dem Mond entdeckte der Forscher Galilei. Jetzt die zweite Frage. B. Wann wurde das erste Fernrohr erfunden? Auch hier lesen wir den Text von vorne. Da wir ihn uns schon einmal durchgelesen haben, erinnerst du dich vielleicht auch daran, dass das Wort Fernrohr schon einmal erwähnt wurde. In diesem Absatz steht es. 1608 baute Brillenmacher Hans Lippehei das erste Fernrohr. Sein Lehrling hatte zufällig eine Linsenkombination entdeckt, durch die entfernte Gegenstände größer zu sehen waren. Wir können die Frage B also diesem Abschnitt zuordnen und die Frage beantworten. 1608 erfand Hans Lippehei das erste Fernrohr. Du siehst, dass es gar nicht so schwer ist, Informationen in einem Text zu finden. Zuerst liest du den Text einmal gründlich durch. Danach nimmst du die erste Frage und liest den Text bis zu dem Punkt, an dem du die Antwort findest. Nachdem du die Antwort gefunden hast, liest du dir die nächste Frage durch und beginnst, den Text wieder von vorn zu lesen. Bis zu dem Punkt, an dem du die Antwort findest. Vielleicht erinnerst du dich dabei bereits an bestimmte Wörter in den Abschnitten. Das erleichtert dir die Suche nach den Antworten. Pia freut sich, dass sie weiß, wie sie ihre Fragen beantworten kann. Und jetzt träumt sie noch weiter davon, irgendwann einmal selbst auf den Mond zu fliegen. Bis bald! Oklas Noi Pia Pia Vielen Dank.